Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 3. Oktober Jesus sprach zu ihm, heute ist dies im Haus heil widerfahren. Lukas 19, Vers 9 Das geschah im Hause eines reichen Mannes namens Zacchaeus in der Stadt Jericho. Nach einem Gespräch unter vier Augen mit dem Herrn Jesus hat dieser Mann erklärt, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und so ich jemanden betrogen habe, das gebe ich vielfältig wieder. Damit zerstörte der Mann sein Vermögen, das er in einem langen Leben zusammengebracht hatte. So etwas spricht sich herum und nun habe ich mir vorgestellt, dass der Reporter einer großen Zeitung zu dem Zacchaeus kam, um ihn zu interviewen. Wie mag solch ein Gespräch gelautet haben? Etwa so. Der Reporter fragt, Herr Zacchaeus, Sie haben in unfassbarer Weise Ihren Geldschrank geräumt. Wie kamen Sie dazu? Zacchaeus antwortet, Haben Sie schon von Jesus gehört? Der hat mich besucht. Der Reporter antwortet, Ich darf offen sprechen? Sie haben mitleidlos und skrupellos Geld gemacht. Und nun wollen Sie das, wie man so sagt, wiedergutmachen? Jetzt wird Zacchaeus ernst. Wiedergutmachen? Wer Jesus begegnet ist, der weiß, Nicht eine einzige Sünde können wir wiedergutmachen. Aber Jesus kann uns jede Sünde vergeben. Denn er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt. Der Reporter staunt. Ja, aber warum haben Sie dann Ihren Geldschrank so unheimlich gelehrt, wenn Sie doch nichts wiedergutmachen können damit? Nun lächelt Zacchaeus, Weil Jesus mich vom Geld freigemacht hat. Ich war ein Sklave des Mammons. Nun hat er mich befreit. O Herr Jesus, wie mächtig ist deine Gnade, dass sie Sünde auslöscht und unser Leben freimacht. Lass doch auch uns die Kraft dieser Gnade erfahren. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Christus segne dich. Vielen Dank.